Ja und ein kurzer Pläne, der hat Sachen vor, weil es eigentlich ganz einfach ist, wenn du kein Geld hast, ist eins wichtig, Eigentum, Eigentum, Eigentum. Ich hab jahrelang studiert, da rein, ich hab mit 18 einen Eigentumswagen gekauft. Sicher, den Preis kann man sich nicht direkt leisten bei den Preisen heutzutage. Aber da darf man halt nicht aufgeben, sagt der Sebastian, du musst aber nicht auf der sauren Haut liegen, lästig sein, bis da der Papa die Eigentumswagen kauft.